Hallo zu einer weiteren Folge in Star Wars Outlaws. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich will jetzt diese Gackerin mal treffen und habe mich jetzt so gesehen nach Mirogana hin bewegt. Und werde jetzt mal versuchen, sie zu finden. Und da... Komm kaum raus aus dem Crimson Dawn Bezirk. Er wohnt quasi in unserer Landebucht. Ich wette, Ayla Brenn weiß, wo man gute Hacking-Ausrüstung findet. So, einmal kurz hin. Auf gerade Anzeigen. Und... Nun können wir jetzt mal eine Schnellreise hinmachen. Und dann suchen wir die netten Herren. Oder die nette Dame. Sie macht keine Probleme. Da sollte ich jetzt nicht hin. Zum Glück haben wir gute Kontakte zu den... Äh, können wir ein bisschen downloaden. Oh, oh. Okay. Komm, nix. So leise wie ein Fluster. Und in der Landebucht. Gucken wir mal, da steht einer. Hey, sag mal, kennst du zufällig eine Hackerin namens Ayla Brenn? Sie sucht nicht nach Aufträgen. Oh, ich will sie nicht anheuern. Ich bin selbst Hackerin. Ich will nur mit ihr reden. Weißt du was? Wie du willst. Ayla? Ihr fragt seine Amateure nach dir. Ernsthaft? Ich bin beschäftigt. Was willst du? Oh, ähm... Ich bin Kay Vess. Ich suche nach neuer Hacking-Tag. Ich hab gehört, du wärst die Beste in der Gegend? Wes, was du nicht sagst. Bring mir ein imperiales Sequenziergerät. Dann reden wir. Oh, sieh mal an. Sie hat Koordinaten geschickt. Du Glückspilz. Okay. Okay. So. So. So, hier lang. Bei mir sind wir nicht fast fertig. Äh... Wir sind da hin, ne? Wie kommen wir denn am besten jetzt hier hin? Wahrscheinlich hier rüber, ne? Äh... So war es nicht geplant. Äh... Nimm mal hier rein. Ist schon neu. So. So. Äh... Genug gelaufen, nix. Ich weiß, wie es los ist. Okay. 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 Ich bin hier mal gespannt. Was uns hier erwartet. Ich muss irgendwie da sein. Es tut mir leid, okay? Okay. Ein Sequenzmodulator. Ein Techniker sollte einen haben. Ja, so. Ist hier jemand? Aus Sektor 5 kommen eine Menge Meldungen rein. Die neuen Geschüsse in der Basis sind ein einziges Ärgernis. Für die Konfiguration musste ich extra... Hast du was Kleiner? Aha, ja. Hörst du mir überhaupt zu? Hm? Ja? Sequenzmodulator. Hey, was hast du jetzt versuchend? Okay. Hat jemand meinen Helm gesehen? Was? Ich trage gerade einen Ersatz, aber der ist zu klein. Hm? Was? Warum nicht? Oh, bitte! Vorwärts! Lass sie nicht entkommen! Ich muss Hilfe holen. Die haben keine Koffe! Oh! 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 Schnappt die Flüchtige! Lang lebe das hier! Oh! 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 Die Flüchtige ist zu stark! Neutralisiert die Gefahr! Sehr wohl! Da ist er! An alle, Bedrohung erhöht! Die Flüchtige hat nun höchste Priorität! Halten Sie die Stellung und warten Sie auf Unterstützung! Nix! Pass auf! Gehen wir nix! Ich hab deinen Sequenz-Modulator. Wohin damit? Ich sende dir meinen Standort. Komm so weit du kannst. Kann das jemand hören? Abhauen. Na los, Knicks! Na ja, such ich mich noch. Da lang? Ach, komm schon! Hey, du hast nicht gesagt, dass du dich an der imperialen Anlage zu schaffen machst. Genau, ja. Genau, ja. Genauer gesagt, stecke ich hier fest. Sie haben mich umzingelt. Und ich soll jetzt irgendwie da rein. Aber stirb nicht dabei. Ich brauche dringend das Sequenziergerät. Ich tue mein Bestes. Geht hier drüben! Echt jetzt? Alter! Das war falsch. Ich hasse es. Okay, vielleicht sollte ich den Typen da nicht mucksen, weil auf einmal... Und ich soll jetzt irgendwie da rein. Aber stirb nicht dabei. Ich brauche dringend das Sequenziergerät. Ich tue mein Bestes. Ja. Das war jetzt... Alle Einheiten. Eine Kriminelle auf der Flucht bewegt sich durch ihren Sektor. Suchen Sie weiter. Sie darf uns nicht entkommen. Warum müsste ich auch die Waffengewalt wählen? Äh, äh, äh. Na komm. Ach, das tut weh. An alle Einheiten aufgepasst! Eine bewaffnete, gefährliche Kriminelle ist in ihrem Sektor unterwegs. Durchsuchen Sie den Bereich und erledigen Sie sie. Was passiert, wenn die mich jetzt eigentlich einmal erledigen ist? Bin ich da nicht mehr gesucht? Was würde mich jetzt mal interessieren? Alter, jetzt habe ich schon einmal das Ding hier umrundet, ne? An alle Einheiten. Die Flüchtende befindet sich in ihrem Sektor. Sie ist extrem gefährlich. Finden und erschießen Sie sie. Sie hat Person verloren. Siehe sie auf ihre Positionen zurück. Alter, was hast du denn hier für ein Problem? Das sieht mir aber hier aus, als wenn ich hier landen könnte. Alter. Ich hasse das, ne? Also jetzt echt einmal vorne den Haupteingang benutzen, oder? Aha. Das geht doch. Oh. Nee. Wollte ich ja nicht in den Tod stürzen. Vielleicht ist das irgendwo hier lang. Ja. Ah, so eine Mauer hat mir hier bei der einen bei dem einen Point gefehlt. Äh. Ich glaube, ich muss hier lang. Nick sagt das übrigens auch, dass ich hier lang muss. Galaktische Imperium. Können wir den da klauen? Äh. Oh, wow. Achtet darauf, dass eure Blaster blitzblank sind, wenn die Offiziere kommen. Äh. Ah. Ah. Alles ruhig in diesem Sektor. Also, wo ist jetzt der Hangar? An alle Mechaniker. Sofort beim Gleiter Hangar melden. Der Eindringling hat uns ausgesperrt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Uff. Der Eindringling ist cool, wenn ich die verstecken könnte, ne? So lieber Assassin's Creed. Was siehst du? Alles sauber. Alles klar. Ich frage mich echt, wie man schlafen soll, wenn der Wind die ganze Nacht rumpeitscht. Ich brauche hier ein Team zur Ablösung. Mein Problem ist jetzt das da, ne? Jawohl. Ich werde die Augen aufhalten. Ich bin echt brauche. Dieser Sektor ist selber. Ende. Ich habe das Gefühl, dass ich... ...wäre ich jetzt pfeife, die da unten auch kommen. So viel Glück hatten nicht alle aus meinem Trom. So. Oh, verkraft. Das gefällt mir gar nicht. Ficken Sie noch einen Tromp in meinen Rektor. Was dann? Die Wache. Nix, zeig, was du kannst. Schnapp das. Das wäre besser funktionierter, als ich oft habe. Oh Gott, da ist ja auch einer. Siehst du was? Hol sie dir, Kumpel. Mein Problem sind jetzt die beiden da. Halt die Frequenz frei. Du störst die Kommunikation. Ich will einen Lagebericht enden. Das müssen wir uns näher ansehen. Schauen Sie uns das mal an. Mache Meldung, wenn ich etwas sehe. Oh nein. Ist hier jemand? Ich löse Alarm. Ich rufe Verstärkung. Zum Angriff, Nix. Das wird schon wieder. Zentrale, Kettrack. Kerv, sie sehen uns. Alles klar. Eliminieren Sie die Flüchtige um jeden Preis. Oh Gott, eh. Nix, versteck dich. Oh Gott. Ich habe keinen Bock. Ich will mal schleichen. Na gut, los geht's. Na, wo ist du? Wo ist sie? Na gut, Nix. Hol sie den. Sie hat Personen verloren. Kehren Sie auf Ihre Stationen zurück. Damit kann ich arbeiten. So, bleiben wir auf dem Computer zu. Geschützstürm zum Entregeln-Hacken. Oh ja. Oh Gott. Äh. 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 Die da sind alle weg. Der kommt auf den oder den. Äh. 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 Mal machen. Ich hab mir das gerade nicht gemerkt. Also die oberen. Zwei. Drei. Vier. Alle nicht. Okay. Zweite Reihe. Der. Okay. Der ist auf. Also heiß mit anderen Worten. Der. Dann der. 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 Äh. Äh. Heißt der. So. Der ist richtig. Der ist falsch. Äh. Der ist falsch. Äh. Ja, weißt du. Pfff. Pfff. Läschen. Öffnet. Die Sicherheitsdürf ist geöffnet. Was siehst du? Und hier kann man nicht landen, ne? Natürlich, aber die knifft ihr jetzt nicht mehr. Ist jemand in der Nähe? Was siehst du, was? Okay. Oh. Okay, lassen wir es mal. Da gehen wir nicht raus. So, Computer hacken. So. Äh. Alles voll, sehr schön. Dann bin ich zum ersten Mal hier so gefühlt in, äh, in der Gegend, wo ich richtig kniffte Waffe alles haben kann. Und dann kann ich das alles nicht nutzen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo müssen wir denn hin, Alter? Da kommen wir auch nicht lang. So. Also, wenn ich das verstanden habe, hätte ich jetzt auch hier so lang gehen können, ne? Den kompletten Weg. Und hätte dann die hier. Das ist kein Lift. Doch. Oh. Tobe dich aus, nix. Hey. Wir schaffen das. Oh, sehr schön. Ohne gegebenenfalls Alarm auszulösen. Na, wer sagt's denn? So, Schatzjägerin. Wiederzugreifen. Hacken. Jetzt geht das wieder los. Oh, ey. Okay, der ist richtig. Der ist auch. Okay, das bedeutet. Äh. 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 einfach mal probiert daten wird dran der serum code im journal an gucken so in der imperial anlage gibt es ein tesorum und nun ist der zugangscode bekannt auf der karte jetzt anzeigen das ist natürlich ja geil vertrauliche daten oder tesorum code kann ich hier noch was mal annehmen ja eigentlich nicht das heißt ja wie gesagt wir machen jetzt erstmal den hier aber hier ist nichts weiter ne okay dobleft eine runde runter so meine damen und herren jetzt bin ich ja mal gespannt was mich schrecklich ich hoffe ich auch was euch erwartet denn das wird jetzt bestimmt interessant gehe ich mal davon aus und in diesem sinne kann ich euch nur empfehlen dann die nächste folge euch anzuschauen und in diesem sinne bis zur nächsten folge